Drachenlord Drachenlord singen, no left chat will er stets aktivieren, Hater ignorieren Jetzt ist Streamzeit, macht euch bereit und wieder nur Blackscreen Schaut nicht auf YouNow, das wär nicht schlau, sondern nutzt lieber den Haterstream Sex tritt mit Hatern und vertritt der Lust, trotzdem noch ungefickt Traut euch und kommt zum Alt-Schauerberg-Acht, macht den Drachenlord mit